Okay, hier ist das Riesenloch in der Mitte, alles klar. Ja, das nix oder was. Und hier hinten war irgendwo noch ein Loch. Da ist es. Da sind noch zwei Löcher. Ja, ein großes und ein kleines. Ein großes, zwei kleine. Okay, das ist auch nichts. Ja, das hab ich jetzt erst gesehen. In beiden wird jetzt nicht irgendwie mittig was angezeichnet. Nix. Ach, Mann, das ist doch bisschen blöd, oh ey, ja. Kannst du noch mal jeweils ein Moltoid und einmal Eczemite mitbringen? Wo sie Eczemite herbekommen? Was nennt? Muss ja mal gucken. Moltoid ist in der Mitte, bei dem großen Loch. Und Eczemite ist ringsherum, ich hab jeweils einen Bock vergessen. Okay, das hab ich. Das wird wehtun. Sagt der, das wird wehtun bei mir. Äh. Okay, ich sterb gleich, ich sterb gleich. Kann ich keinen Meter hier machen? Ich kann mich hier noch nicht mal einen Meter bewegen, bevor ich hier sterbe. Hm? Ich hab, komm, ich hab immer einen... Muss hier mal ein MQC regen. Kommt die denn näher. Ich will mir so ein... Loch machen. Hm. Hast du grad ne Mücke geklatscht? Nö. Was denn? Gar nichts. Weil du geklatscht hast, oder war das deine Flasche? Ich hab nur... ...gemacht. ...gemacht. Ah ja. Happening wieder. Wo kommen mit einmal die Shinyen jetzt her? Äh, durch Shiny, was immer durch Erze herkam. Und da du einen Bock machen musstest. Wegen Platinum Ohr, weil das ja gezählt hatte. Das weiß ich. Aber... Woher kommen die mir da mehr? Ich hab vor... Wir hatten vorhin nämlich nichts mehr. Deswegen. Das mein ich. Ich hatte doch zwei Disketten. Keine Ahnung. Die hat das ja nur für die Splatimium Ohr benutzt, ne? Ja. Vorhin war in dem E-System nichts mehr drin. Ja. Jau. War ich nicht. Wurde mich hier gerade irgendwie durch. Äh, 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 äh. Meinst du, dass du heute noch einen Kriegst? Wuhu. Aua, gleich so ein Ding an den Kopf bekommen. Ja. Aus dem Loch raus so ein Ding direkt so Ding an den Kopf. Aua. Aua, aua. Exumite habe ich. Okay. Exumite... Ein Block nur? Ja. Und das andere... Dieses komische Mütte. Ja, jung. Ich muss jetzt mal die ganze Feuer ausweichen. Schießt euch selber an. Ja, tut es. Hab es, servile mit Moth. Ha, ha, ich bin kreativ. Ha, 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 hier ist alles hell. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, das Ding macht mich von Arco, dieses Gebiet hier. Ja. Tschüss. Nein, ich will nicht mehr, nein, ich will auch gar nicht die End sehen. Boah, dann lecke ich mich an den Tisch. Das macht gerade, hat gerade keinen Spaß gemacht. Ne? Ah, hier ein Mothite und Exumite. Jo. Aber von allen drei brauchen ich jeweils einen Block noch. Aus Exumite und Mothite machst du... Desi... Desi Schalkos. Oder Schalkas. Desi Schalkas suchen. Voll, die komischen Namen sind das immer, ne? So, Grail. So. Okay. Ehehehe. Sack. Sack. So, was ist jetzt hier mit... Na, dann ist das da haben wir. Das Ender-Ding haben wir auch. So. In irgendeiner Ecke soll eine... Aber in welcher? Hm, das ist eine gute Frage. Weil hat jedes... Also es scheint es wohl, äh... Darf es hinaus, dass wir noch alles durchgehen müssen, oder so. So, die End-Meldits sind fertig, ne? Okay. Legendary-Bag. Ja, gut. Bean. Ja, gut, hat er gesagt, ne? Merry Princess, Majestätik Princess, Blue Princess, Propicle Princess, Black Princess, Green Princess, Lime Princess, Pink Princess, Blablabla. Ja, grüßte alle. Ja, grüßte alle. Ich müsste so ein komisches Fernglas machen. Ja. Ob man das damit finden kann? Ob ja, aus. So ein Nahtgoggle ist das nämlich. Hm. Ähm. Ne, das ist Seeing in the Dark, also irgendwas im... Also im... Äh... Dark der Menschen zu sehen. Ja. Ja. Meinst du? Ja, vielleicht irgendwas im Deep Dark. Tipp ich mal. Tipp ich mal ganz stark. Was das noch mit im Deep Dark zu finden ist. Ja, Leute, hier, alles voller Garst. Der stellt sich wieder an. Okay. Also man kann Rechtsklick auf... Die... War das jetzt geleckt? Ah, aber bei mir klappt noch alles. Ehrlich? Was? Ihr hässigen Missficherheitsmaul. Tschüss. Die sind trotzdem nicht alle weg. Jetzt sind die kleinen. Ich finde den gar nicht. Auch große, gelbe. Große, gelbe habe ich noch. Ingas. Okay. Komm, was habe ich denn hier? Ich habe gelb. Ich habe dit. 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 Ich tue mal eben hier ein paar... Irgendwie sind bestimmt schon fertig. Genetic. Also ich kann Rechtsklick aufm... Ne, ich weiß ja nicht, ob das... Gehen wir kurz aus dem Gameboy draus. Neu. Ne, jetzt geht es natürlich nicht mehr. Warte mal, ich komme mal zu dir. Ich habe auch nicht genug fucking mit. Kann ich mich wohl teleportieren oder muss ich in der Ebene sein? Ich weiß nicht, wie das ist. Ne, wo ist denn das... Da im Menschen? Oben. Beim Netherportal. Ach, er sagt es ja unter dem Rechtsklicken, ne? Hm. Oder kann ich das Ding anziehen? Ich glaube schon. Was ist denn das? Okay, ich will es auch sehen. Was ist denn das? Ich sehe unter dem Boden was. Hast du angezogen? Ja. Lol. Sieht auf dem Boden was. Ach, das sind die Höhlenformen. Wie die Blöcke unten angeordnet sind. Komm, wenn ihr hier runter boxt, da ist... Siehste, komm mal her. Wo bist du? Da. Guck mal, du guckst jetzt auf den Boden hier, ne? Dann wenn ihr hier boxt, ist es hier unten ein Raum. Wenn ihr rein... Guck, hier unten ist ein Raum. Das ist voll beschissen. Geh doch weiter runter, da ist ein Raum. Hier muss irgendwo ein Raum sein. Warte mal. Ne, ich komm ja nicht mehr raus. Das ist scheiße. Geh mal hoch. Ich war bei uns hin. Normalerweise müsste man bei uns ja auch was sehen können, dann, ne? Ja. Ich vermute, dass es irgendwo hier drin ist, das Zeug. Hier ist eine Höhle. Lol. Hier ist ein ganzes Höhlen-System. Okay. Hast du was gefunden, oder wie? Ne, noch nicht. Also hier kann man nämlich auch alles sehen. Die ganzen Höhlen. Okay, man kriegt auf jeden Schar Schaden. Hä? Man kriegt Schaden, wenn man rausgeht. Weil es dunkel ist, ja. Ich glaub, du musst hier auch im Dunkeln lernen, um es ordentlich zu sehen. Ja, gut. Ganze Fackeln nehmen wir an. Da hinten sind viereckige Dinger. Und hier ist ein ganzes Höhlen-System. Oh, merkwürdig. Das hier Höhlen-Systeme, das siehst du auch so. Oh, hier sind Löcher. Das ist ein fettes Loch einfach im Inneren. Weißt du, dass hier Löcher sind? Das ist die Frage, wo es ist, ne? Hm. 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 Ja. Boah. Auf der Aufnahme ist das dunkler. Ja, klar ist das dunkel. Total dunkel. Ich sehe das ja gerade bei mir. Da siehst du nur wirklich was von den Rahmen. Das war's dann auch. Deswegen ist es auch ein Dieb da. Hm. Ich hab schon hoch eingestellt, aber... Wo soll denn hier was sein? Wir sind ja auch fest und drin. Hm. Ich hab ja eine gefunden gehabt, aber ich hab sie nicht markiert. Du kriegst ja auch, äh... Sonst immer irgendwelche Koordinaten, wo du was machen kannst, aber so. Ja. Stimmt. Ich fliege jetzt mal nur in eine Richtung. Das muss doch irgendwie begrenzt sein, oder ist das Riesengroße. Kannst du doch nicht sein, dass es... Das ist ein Riesengroßes System ist. Moment. Was denn? Äh, Nightmare Vision Vision 1, ne? Ja. Das Ding ist eine Vision, also so... So eine Art, dass du durchgucken kannst. Gibt's ja Night Vision und so was, ne? Ich geh mal kurz in... Ach, nee, ich kann... Ach, das ist ja die Tag, ich kann die Disketten austauschen. Meinst du, dass du die Nightmare-Mall-Anmacht machst? Äh, ich geh nur mal in Nightmare. Äh, wo muss ich denn hier hoch? Ach, da. Ich mach dir das mal mit anderen Blöcken. waypoint testung habt ihr ja eine von dem wieder sind irritiert mit der wälder so sie ist aber nix und schon tauchen hier wieder monster komisch kaum machst du das an nichts im boden zeit das sowie wieso ist einfach ganz normalen überall bedrock und eine schicht man dem zeug hier komisch wir haben schon so spät wieder oder aufnahme ja das ding ausziehen das ding ausziehen das geht voll auf die augen frage 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 viel kann man ja eigentlich jetzt nicht mehr machen du kannst jetzt eigentlich nur noch gucken da was ne und dann ist es ja auch fast schon wie soll man den die bagger den kriegen ich will ja schon interessieren was was da weitergeht oder was noch kommt soll man das mal machen nein kann man auch zu kriegen ja man kann ihn sich so holen ja aber lass mal ja wollte ich einen cut schauen wir gerade wo cut wollte ich auf jeden fall machen ja ja warte dann mach ich den auch kurz äh hast du schon? ne na gut leute dann würde ich sagen machen wir hier kurz mit und sehen uns gleich wieder tschür tschür tschür